Das ist mein Zeug. Hör mal auf hier. Dann geht es noch hier hinten lang. Die nehme ich auch auseinander. Okay. Gut, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Die Heilung, okay. Ich wusste gerade nicht, was ich machen sollte, um ehrlich zu sein. Gut, nehme ich mit. Jetzt sind wir wieder hier angelangt. Gibt es hier noch irgendwas besonderes, bevor ich jetzt hier gehe? Nö, keine Truhe, nicht weiter. Nö. Nur die nackige Frau. Dann ging es glaube ich hier, genau. Der ist ja schon leer. Hier sind die Skelette. Und dann heißt es einmal zu Jarl zurück und dann werde ich mal schauen, wa? Mutter ruft nach mir. Zeit für mich zu schlafen. Ich bin so müde. Ich denke, dass sie sich jetzt besser fühlt. Ich fühle mich gerade wie bei Ghost Whisperer. Ich kann mit Geistern sprechen. Keiner da hier. Gut, ich werde mich jetzt mal... Ich bin doch jetzt hier aus der Gegend raus, wa? Weltkarte. Mortal. Hinreißen. Dann bin ich mal gespannt. Ist bei denen alles so knochig und schuppig? Muss ich ja komisch anfühlen. Wiener. Hier. Muss ich hin? War mir ja so. Und langsam kenne ich dieses kleine Dorf. Ja. Wo ist denn? Darf ich dich mal halten? Mach auf nichts kaputt. Was ist denn? Was ist denn? Wer spricht denn hier mit mir? Ach, die schläft. Gut, dann würde ich jetzt mal vorschlagen. Ich stelle mich mal hier hin, mach mal auf T. So, mal gucken. Meine Güte, lass dir noch viel Zeit, wa? Ich würde nicht gut aussehen, mit wem war die denn da im Bett? Hat bestimmt viel Spaß gemacht, wa? Gott, der junge Mann und die alte Oma. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Okay, braucht ihr noch etwas? Mein Ja? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen können. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. So, das werde ich mir... Ich mach mal. Gut, dann kriege ich auch weitere Missionen. Und jetzt können wir mal rausgehen und schauen, was uns noch hier offen liegt. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Gut. Ja, schön, wenn ein Mann seine Waffe rausholt. Ähm, die Dämmerwacht. Ähm, bringe den Drachenstein... ...in deinem Bissitz. Okay, wir können ja aber erstmal gucken, hier auf der Map. Wir können hier, wir können mal hier komplett mal langlaufen. Es gibt Gegenden, die sind total unerforscht. Zum Beispiel hier, diese drei Sachen. Ich könnte mal zum Palast der Könige, umfassend Kabat und ganzen Sachen hier mal irgendwie freischalten. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Das wäre schön. Dann setze ich mal die Mission hier aus, damit die mich hier nicht blockieren. Und quasi in der Anzeige. Ähm, zum Beispiel hier und hier wird mal alles ausgesetzt. Dann sieht man hier oben quasi nicht mehr. Und ich gehe jetzt mal erstmal hier hin. Als Markierung festlegen. Und dann muss man mal gucken. Ich glaube, ich muss hier raus. Ähm, Palast der Könige. Ich bin schon draußen hier. Ah, ist alles aus Stein. Naturbezogen war den Bundessturm. So, nach Himmelsrand. Ich muss da ja diese Ortschaft verlassen, damit ich dann diese nächste Ortschaft finde. Um Bionado-Ortschaften quasi freizuschalten. Dörfer, Städte, Gräber. Äh, Gedenkmäler. Artefakte. Und weiß der Teufel, was ist noch alt. Automatische Speichern brauche ich jetzt gar nicht mehr machen. Die Doommeer nehmen ihre Gebräue gerne im Neugnisesclub zu sich. Warum sie diesen Ort nicht einfach Trabervon nennen, habe ich nicht gesagt. Erstmal muss ich hier irgendwie raus. Ich muss hier halt so... Ich muss da rüber. Was? Ja, steh mir nicht im Weg. Ähm, erstmal muss ich diese Ortschaft hier komplett verlassen. Damit ich hier weg kann. Von hier möchte ich aber nicht gekratzt werden. Wind wird hier bitter kalt. Was? 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 Wuff, wuff. Die müssen bestimmt überall Katze haben. Zumindest die Frauen. Und überall Bisse, nachdem die Männer mit ihr fertig sind. Zumindest wenn es wirklich nach dem Akt der Katzen geht. Die sind ja nicht gerade feinfühlig. Und wer es mir nicht glaubt. Ich habe zwei Katzen. Und das waren nicht die ersten zwei Katzen. Ähm. Ich nehme mal die Waffe. Okay. Rächter Vampirjäger. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Was sollen wir jetzt ja mal machen. Wir wollen die jetzt mal nicht stören bei ihren Aufgaben. Wir wollen hier diese Ortschaften freischalten. Dazu müssen wir wieder eine Bergkette umlaufen. So, wir haben auf jeden Fall eine Mühle gefunden. Wird die hier eingezeichnet? Ja, Ange ist Mühle. Aha, jetzt kann ich auch hier drauf reißen. Okay, dann schon mal YouTube ist ein 9. Ähm. Stanz, Gott. Okay. Stanz, Gott.